ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde counterstrike global offensive und mit dabei der liebe raced hallo hallo das 2 entfernen und wie immer birds flying high und geht in die nächste runde und so meine garotte habe ich diesmal schon leer gegessen aber ich rinke noch mal einen schluck hier ich werde nervös wir haben gerade schon zwei runden versucht vergebens aufzunehmen und jedes mal beim ersten mal hatten wir drei leute die kaum geredet haben und nur geflamet haben und halt schlecht waren neben der runde hatten wir einen der die ganze zeit das team beleidigt hat in voicestand nichts gesagt hat außer auf dauer senden waren so ganz leise irgendwelche komischen nebengeräusche kamen und die ganze zeit rum gebeten hat dass wir ihn doch kicken und es war sehr komisch also beides leider fällen die wir beim besten willen nicht hätten euch zeigen wollen können sehr schön so 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 Egal, Messer. No, AWP, ist der Scheiße. Wer ist hier AFK? Der ist AFK. Wer ist hier oben? Das ist der Rass. Ich glaube, dein AK. Warte. Ich habe gedacht, jetzt lande ich nochmal an Wallbang oder so irgendwie. Ich glaube, immer noch... Hi, Leute. Nein, nein. Sieht aus wie ein B-Rush. Oh, Rushlong, okay. Rushlong. Oh, ich habe es. Der hat Schnupfen. Ja, ich hoffe es. Ne, hat man gehört. Rushlong. Doch, Leute, die hier reden. Was haben wir gehört? Oder? Nö. Aber wir haben zwei Green Minutes. Oh Mann, wer ist denn zweimal gegen mich gesprungen? Du, Mongolo. Ja. Du hast mich in der Tür geblockt und krieg Schaden und dann eben. Oh Mann, der war voll Pro, ne? Der schießt. Herr Ernst. Herr Ernst. Nein. Das hat halt Chris und HP von der Kommission Nade am Anfang. Ja, ich weiß. Warum geben alle immer die Bombe ab? Copy, guys. Copy, copy. Warum schreibt der Typ auf Russisch? Das versteht doch kein Mensch. Außer Russland. Wie sie alle nur auf Loch gucken und keiner nach unten kann. Da, ich gucke. Von lower. Lower, lower, lower. Du hast voll spät am Sachs, dass du einer ist. Ja, ich hab mir voll im Kopf geschossen. Alle. Two on spot. Hinter dir. Was? 76 in 3. Wie stirbt der nicht? Oh, das ist doch lame. Okay, aber so kriegt er mehr Geld. Also ist halt... Fuck. Fuck. Ich hab mir was gekauft. Come on. Let's go. Can you talk, guys? Can you talk? Can you talk? Can you talk? Oh, shit. Go, go, go. Go, man. Oh, ich wollte gerade nachladen. Dann kam er kurz hochgepusht. Mein Gott! Der Müllsack sah aber auch verdächtig aus Der Müllsack sah aber auch verdächtig aus, hast du gesagt Habt immer noch nicht verstanden, was sah verdächtig aus? Der Müllsack, den du angeschossen hast Der Müllsack, ja Der war zu OP Warum sprechen die Russisch? Wir sind ein Team, Leute Also hört auf Russisch zu reden What are we waiting for? Warum sind es drei Primates? Die bei uns? Ja, schade Tut mir leid für ihr Team, ey Was? Die sind alle in der Mitte Was? Was? Laufen, 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 Laufen Alter Ich glaube, die Flash sollte nicht so fliegen, ne? Ich wollte schon auf kurz, weil ich gedacht habe, dass der mit der Scoutler kommt. Lass den jetzt wohl zu gegen den Kasten werfen, dass der hier runterfliegt. Ja, sagt das auch. Oh, Typ, halt die Schnauze mit der im Russisch, ey. Da krieg ich ja mal voll die Krawatte. Siehst du? Schön rot, ne? Halt deinen Scheiß. We must move. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich hätte ja voll in die Falldrücken laufen müssen. Warum gehen wir da alle auf A? Wenn, wenn wir nicht das mal gehen. Ja. Go. Good job, good job. Und dass sie nicht mehr rauf. Go. Go, go. Man kann, man kann, man kann, man kann, man kann. Man kann, man kann, man kann. Ja. Good job, guys. Good job. Ich bin so schlecht. Scheiße. I'm gonna B. Yeah, let's rush B. I'm gonna confuse them. Take care of yourselves. I'm throwing smoke. Ist die Bombe jetzt? No. Good job. Good job. Go, 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 go. Flowing flashback. There's an AWP. There's an AWP in mid. Flowing, 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 flowing. I checked the window. I checked the window. I checked the window. Bomb has been planted. Grenade. Throwing flashback. I'm throwing flashback. Ah, window. Ah, window. No. Rouenga- Oh, oh. It don't show me. Ja, ich wollte eigentlich die AWP dem noch klauen. Das wäre voll der Schlag für deren Economy. Musst du mir nicht sagen, aber das wäre viel zu riskant gewesen. Scheiß auf die AK. Nächstes Mal mache ich das auch. Grenade. Man ist tief. Man ist onspot. Gott! Na! Steh ich mit der Smoke in der Hand da, alter! Kill, kill! Lass du sie das mal rein! Schaut, schaut, schaut! Schaut! Fuck! Ich war einen Millimeter vor dem Tipp und wollte ihn messern! Good job, good job! Take the off! ABP liegt schon da! Ja ich hab einen AK getroppt! Ja ich weiß! Warum droppt er jetzt? Warum droppst du? We will drive them from our lands! Oh! Ich wollte die nur weiter vor dir, zu dir werfen, hab jetzt aber meine Pistole weggemacht! Flowing a flashback! I'm throwing smoke! Ich hab halt nichts gesehen jetzt! Flowing a flashback! Great, ich flashen, ich flashen! I'm throwing smoke! I'm throwing a grenade! One right, one right! Flashback! Smoke! ABP in der Mitte ist tot! One shot! Schwarz ist tot! Schwarz ist tot! Schwarz ist tot! Schwarz ist tot! One middle! Schwarz ist tot! Oh, er ist tot! Ja, drei Leute geholt! Let's go B, let's go B. Good job. Sehr schön. Haben wir doch aufgeholt, ausgeglichen. Nice. Let's go B, Gaze. Einer hat nach dem Job gefragt und er hat 8000 oder so gehabt. Oh. Ne, 800. Ich habe gerade ausgedeckt, anstatt Geist habe ich Gaze gesagt. Gaze? Ja, ich wollte irgendwie Go und Gai und... Gaaah, okay. Go, Gaze. Er startet jetzt mal. Uh... Ich bin ein Cutters. Und check window, check window, check window. Checkst du Cutters? Good job, good job. Sehr schön, auch wenn die Russen nicht reden. Das läuft. Manchmal reden sie. Ja, manchmal. Looks like A. Or should we go B through mid? Ja, go B. Loll. Hab'n geholt. Der Typ ist unten. Der Typ ist unten. Der Typ ist unten. Wo ich ja gesessen hab vorhin. Der Typ da hinten. Ja. Okay, der ist tot. Okay, let's take B. Wait, I flash. I flash mid. I'm throwing the flashman. Nice. Nice. Good job, good job. Nice job, nice job. Nice job, nice job. Nice job, nice job. Let's go. Ey. Hey. I just throw decoy foby. So. Mit der decoy granate kann man nämlich für Ablenkung sorgen. We will. 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 Sorry. I have flashed. But really hard. Okay, let's go, go, go. Wo, wo, wo? Fuck, auf dem Spot. Ja, AWP ist auch da. Null. Würdest du mir was bedocken? Aber das verständlich. Super. Ja, die nimmt jetzt nicht der Chrome, oder? Hemmt halt beide, einer. Ja, du hast eher am meisten Geld noch. Ne, der andere. Ach so. Jetzt sind wir alle gleich. Good job, good job. Flashback. Deine AK hat voll viele Kratzer. What? Deine AK hat voll die Kratzer. Meine? Ja. Sie ist factory new. Da sind voll die Kratzer drauf. So gay. Only one left. I'm throwing a flashback. Terrorists win. Good job. Let's go, B. Smoke nur, äh, wieder Mitte. Das die AWP denkt, oh mein Gott, der ist gesmoked. Die laufen bestimmt bitte. Das ist auch. Und jetzt wissen sie, oh mein Gott, die kommen weg. Smoke. Die sind drauf, die sind drauf. Okay. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. Dang it. Hey, long again. Warum frage ich überhaupt? Da gibt es sowieso keine Antwort. Das ist so, oh. Ah, doch. Abgefahren. Warum liegt die Bombe? Warum schmeißt er die Bombe ganz nach hinten? Nein. Ah, das ist ein Problem. Flashback. Good job. One shot. I'm throwing smoke. I'm throwing a flashback. I'm throwing a grenade. Grenade. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. That one is really low Wurde ich kurz Äh, vor die AWP Ich hab meine Flash hingeworfen und hab wirklich eine Sekunde lang überlegt, ob die denn vielleicht treffen und killen könnte Der war richtig low Warte, lass mich gucken wieviel ich dem gegeben hab 52 und 2 Was? Was? Da guckt nur der Kopf raus, schießt es auf den Kopf Aber war halt bisschen durch die Kiste wahrscheinlich Let's go B Ja Okay, okay, okay Ja, das kann man Let's be quiet guys Gaze Gaze Flowing a flashback One shot ABP, ABP, ABP Low Tunnel Red Grenade Flashback Oh nein Die AWP sitzt ja immer noch da Die AWP sitzt ja immer noch da Die AWP Die AWP Wurde, ich bin da F*** Wieder die Deutschen. Wie meistens. Immer die Schlimmsten. Das sagst du. Ähm, ich und Reis würde B nehmen, wenn das okay ist. Ja, ich bin B, ich bin B. Baby! Okay! Baby B, Baby B, Baby B, Baby B. Ah, bestimmt. Long. Du dort? One went short. Shot down. Einer kommt von hinten. Dami kommt von, führt dich von hinten aufs Schloch. Auf kurz. 2 von. No! Ja, ich musste nachladen. Hab's gesehen. Nope. Ich verstehe aber nicht, warum er da unten so lang rumsteht und dann nicht mal schießt, wenn einer gelaufen kann. Jetzt haben die wieder mega viel Geld. Oh. Go, go, go! Uff, was haben's denn da so? Hä? Einer ist auf B, einer ist auf B. Da noch. One is on B. One is on B. One is coming mid. Ah, Bombs on B. Ah, Bombs on B. Was? Ha 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 ha. Ha ha ha. Das musst du dir im Video angucken. Das war 100 pro ein Kill. 93 und 3. Der hockt gerade vor mir und ich schieße den Bob, 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 Einzelschuss auf den Kopf. Und der stirbt nicht. Das war sehr, 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 sehr buggy. Terroristen gewinnen. Wie ist der Bombenleger bitte nicht gestorben? Ha ha ha, das war echt für den Arsch. Kacke, das musst du dir angucken. Ich stieh schön auf den Kopf, Bob, 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 und der stirbt einfach nicht. Du hörst auch noch, wie die Schüsse einschlägen, aber das war so ganz komisch. Man hat auch irgendwie gehört, dass er keinen Schaden daran hat. Let's go! Wo ist unsere Mitte? Anonym. B, 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 B. RB, RB. Grenade out. Has been planted. Throwing. Throwing flashbang. Defusing. Good job, guys, good job. I need a drop, please. I need a drop, please. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. I need a drop. You want to keep my drop, I bought something to buy? Ich habe was gekauft. Ne, Jeff, das Ding sollte ich nehmen. Herr, aber warum brauchst du einen Drop? Du hast mehr Geld als wir alle. Let's go people! Ja, weil ihr alle jetzt gekauft habt. Wenn ich mir jetzt kaufe, habe ich gar nichts zu kaufen. Nein, ich hab mit dir unten nichts gekauft und ich hab 3450. Ich hatte eben 800. Die anderen haben jetzt noch. Der eine hat jetzt noch 6500. Warum, Mann? Wo? Der geht jetzt auf kurz. Coming from short, coming from short. Noobits, ich sag short und der guckt auf B. Oh, ich hab aber auch gesprayt wie so ein Bauer. Jetzt steht der wieder da unten und wartet darauf, dass er gekillt wird. Ja, du sahst den Schatten, oder? Terroristen gewinnen! Gott, hör auf, wenn Russisch zu schreiben. Würdest du mal typen in normal, damit wir verstehen, was du sprachst? Let's get this done. Wir sehen uns auf B. Wir sehen uns auf der Bauer. Wir sehen uns auf der Bauer. Ich bin hier. Ich bin hier. Nicoy. Freund, Flashbang. Keine SFP. Mindestens. Flashbang. Er klingt wie mitts pushen. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, das ist die OP. Well done guys, well done. Upon, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich wird es auch nicht mehr so, also mit Sicherheit wird es nicht so ausgesprochen, aber es sieht so aus wie. Aber die schreiben auch nicht mal im Chat, wenn irgendwo Leute kommen. Und die Smog-Mitte weiß ich nicht von wem die kamen. Macho. Flashbang. One more sharp. Deploying smoke. He's there. Long. Deploying flashbang. Good job. Everyone got a kit. Ja, ja. So. Service. Form up. Let's go. Too long. Very long. Mitte war einer. Einer ist Mitte durch, ja. Einer ist Mitte durch, ja. Ja. eu. Pfff. Du bist du oderUC. Ja. F over. Dauber Wahl. Fang. Foi einer. Du bist practice system. Faust um es. almost wie sie noch nacheinander weggeholt habt haben wir nicht von dir b b b b Ich glaube. B, 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 B. Oh, fuck! B, 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 B. Ja, B, ich brauche Hilfe. Ich war noch so halb am Bombe wegstecken. One meet. Okay, hey. Hey, 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 Go guys. Steht der Nubes nicht offen für Cutters? Den kann man noch von da sehen. Oh. Good job, good job! Well done, guys, well done. Sehr schön. Ich frage es nur, ob das keiner mit dir geht. Nade für den Weg. Alter! 83,1 im Kopf, man. Warum? Schaut. Wie zählen. Wie zählen. Bomb has been planted. Nice. Huuu. Thanks, guys. Okay. Das war doch schon mal gut. Wow, but is it possible that one guy just covers mid? Because then we can go two players on B, so. Yeah, thanks, man. Well, be careful there, sniper, I guess. Grenade. Smoke. Deploying flashbang. Flashbang. One mid. Fire in the hole. Low screen. Maybe he lands sharp. There's still a chain. Aber he's still there. Can you see the enemy? Hey. LOL! Das hat Headshot da. Alter, das ging doch auch von dem Kopf eigentlich. Nein, er kriegt den Kill. Der war heftig. Ich bin einfach um die Ecke gepiekt. Bap! Ein Schuss. Ich hab den nicht mal gesehen. Los geht's! Nice! Bumped in mid. Low tunnel. Two tunnel, low tunnel. Three tunnel. Ich hasse die Scout, man. Ich schieße den Kopf und er ist... Er lebt noch. 71. Decoy ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Blatt. Behind. Gosh. Mr. CT spawned. So. Good job. Ah, nice try. So, let's win this guys, let's win this. This is it, my friends. Decoys out. Smoke! Oh, gosh. Come in mid maybe. Come in mid. Stay calm, stay calm. Rücken bisschen weit davor, da sind mehrere Mitte. Oh, und dann zieht er voll vorbei. Die kommen, sind schon durch. Bäh. Okay. Ah, die können alle nicht sprayen mit dem hier. Der zielt auf den Kopf und fängt an zu sprayen. Yeah, we should go for an echo. Let's go, be fair. Okay. One mid, low HP. Go, low tunnel. Ah, still one there. 26 HP left. Bitte das. Nice. Nice, ey. Ey, long doors. We're still waiting. Bomb down B. Nice. Der war richtig wichtig. Der war richtig wichtig. Und das ist unsere Echo Runde, alter. One should watch mid. Ich denke nicht, wenn alle ins Tunnel kommen. Da sind alle Mitte. So dumm. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Nice. Really good that we won that echo round, so. Okay, Leute. Sieht gut aus. Langes, anstrengendes Match. Relativ ausgeglichen. Aber... ... There, ist ein besser aus. Sch abroad sehr cool. There, da ist ein aufest02 in. Ah, war's doch noch klar. Anfit. Mana. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Good job. Sie kommen zum Tunnel. Er ist noch da. Deploying Flashbang. Low Tunnel. Fuck. Ich habe ihn nicht gesehen. Komm in Tunnel. Komm in. Shot. Fuck. ... ... ... ... ... ... ... Wo warst du? Wo war deine Leiche? Hier. Deploying Flashbang. ... 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 Gar nicht, du Penner. Klar. Der andere hat den letzten Kill gemacht. Ich hab die Egg-Round entschieden, Junge. Ich hab zwei Leute gekillt, die Egg und die Pop geklafen haben. Ja, ist doch gut. Ich hab auch einen gekillt. Ja, ja. Egal, wir haben gewonnen. Sehr schön. Freut mich. Wenn's euch genauso freut und euch auch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Weiß, die Runde war ein bisschen ruhiger, aber ja, man muss sich halt konzentrieren und wenn das Team nicht kommuniziert, dann gibt's halt auch nicht so viel verbale Action, ne? Weil, ja. Dann halt einfach nur zwei anstatt fünf Leute reden. Aber passiert. Was soll's. Wir haben gewonnen. Hat trotzdem ganz gut geklappt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der nächsten Trainingsfolge wieder und übermorgen, wenn's wieder heißt, hier Birds Flying High ranked in Counter-Strike Global Offensive. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Jo, tschüss.